kurz für die die es nicht kennen wir gucken scarycom das sind verschiedene gruselige videos und wir versuchen immer so ein bisschen zu überlegen ob das was wir da gerade sehen wahr ist oder gefakt oder was es bedeutet und manchmal kann ich euch kleine spannende infos geben weil ich zu viel informationen über geister und co habe das Video ist aber ordentlich ist es wurde von Isbeth Aureli die sagt dass sie sie nicht filmiert hat sie aber sie hat sich nicht filmiert die footage wurde später senden zu ihr und wurde später posted online für alle anderen zu sehen Similar zu Isbeths reaction viewers were left terrified by the footage es late at night somewhere in Peru when suddenly two friends encounter something pretty disturbing This is their video. Understandably, the two friends kept their distance from whoever or whatever this was. It stands in all fours, while moving its head in a manner that's very unusual, being paralyzed with fear, both friends stay in place as they continue to observe the strange being. Although it's not clear as to what this was, viewers believe that it might have been a skinwalker or some other supernatural being. Yeah, the lack of info on this video... ...and they have just made a gruselous video. Mm-hmm. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man das irgendwie krabbeln sieht oder so. Wenn ich da was gesehen habe, wo ich, äh, wo ich sehe, boah, das ist schwierig als Mensch normal zu machen. Naja, es ist nicht einfach nur, du siehst da sowas, Skinwalker. Ein Skinwalker, soweit ich es weiß, ist eine Kreatur, die Formen wandeln kann. Aber häufig wird die Optik von so sehr bleichen Wesen, das auf allen Vieren läuft, dafür genutzt. Also man sagt halt, wie das denn so aussieht. Ich kann mal kurz gucken. Skinwalker Definition. Skinwalker habe ich mich tatsächlich nie so krass reingelesen. Skinwalker, auch Skinswitcher genannt, ist die Bezeichnung eines mystischen Wesens, vornehmlich der Navajo Folklore. Äh, okay. Hier steht nicht genau, was das ist. Aha. Der Überlieferung nach ist es eine Hexe oder ein abtrünniger Schamane, der sich Tier oder gar Menschenhaut überstreift. Okay. Gruseliger Scheiß. Stell dir vor, du gehörst zu den Navajo oder Navajo, äh, Leuten. Und glaubst, dass sowas existiert. Hammer gruseliger Kram. Das Video macht es sicher, dass wir nicht sicher wissen, was das war. So dann, haben die zwei Freunde tatsächlich etwas supernatürlich gemacht? Oder was etwas anderes caught? A woman ist alone at home, wenn her dogs all of a sudden start acting strange. Es ist nur nach der Rückseite der Rückseite der Rückseite, dass sie herausfinden ist, warum sie sind. Däublich, die footage hat ihn verraten. Er ist noch nicht so, dass die Hilfe er nahet. Wenn die Video auf der Rückseite des Fluges ist, ist es wichtig. Es ist auch wichtig, dass die Person in der Video schon beherrscht in eine Vorstellung schon vor. Laura Combs ist auch schon was, und es war schon vorhin schon seitdem, dass sie sich herausfinden hat, etwas aus der Rückseite der Rückseite der Rückseite. Die folgende ist ihr Video. Das ist unser Fernseh-Sopa. Wer hat eventuelles hier geblieben? Weiß ich nicht. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Alleine die kaufen sich ein Sofa um es direkt an den Fernseher zu stellen. Die Hunde sind halt schon verdammt süß. Der eine Hunde juckt das gar nicht, ne? Der eine Hunde ist schon unerworte. Das ist schrecklich. The Hunde ist so schlimm. Der eine Hunde ist rechtlich. Das ist schrecklich. Die Hunde ist ein Problem. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Strangely enough, around the same time her dogs start to act up, a mysterious figure appears in her backyard. However, there is something very odd about this figure. It moves in such a way that seems to suggest it's something other than a human. Laura believes that it might be a supernatural entity, considering all that's happened in her home. And the strange behavior exhibit... Zu dem weißen Kopf sieht das so ein bisschen Slenderman mäßig aus, ne? Also wenn ich da leben würde, ne? Jetzt mal kurz Debatte ob echt oder nicht aus dem Vogel ist, aber wenn ich da leben würde, das würde mir Hammerangst machen. Weil wenn ich das ja sehe, das war ja eindeutig kein Mensch. Mhm. Damn! Da hätte ich... Das wäre unschön. Ich frage mich halt immer, wenn man so in den Videos sieht, ob so eine Kreaturen, Geisterwesen, was weiß ich, wirklich existieren. Warum kann das nicht mal einer beweisen? Wie würde es gerade sagen? Der wird raus. Der wird raus. Wurde wahrscheinlich auch keiner glauben. Vielleicht war es ein Pferd? Ein Pferd? Warum wird das denn ein Pferd gewesen sein? Also... Denkst du, dieses Video ist echt? Aber ich halte nichts davon, immer zu sagen Computerfake, weil 90% der Leute wissen nicht, wie man sowas machen würde. Und, äh, wenn das halt wirklich die beiden Videos sind, äh, wenn das wirklich eben von, von den beiden gemacht wurde, dann ja, es könnte dieses Video durchaus echt sein. Glaubst du es nicht? Oder... Might there be another explanation for this odd occurrence? Feel free to let me know what you think down below. Ja. Dir immer so, als ob das Ding so einen Baum umarmt und dann zur Wohnung guckt. Voll süß. So, mh. So ein bisschen schüchtern. Aber ich wollte gerne die Hunde streicheln. Mh. Vor allem auch, weil die Hunde so reagieren. Ja, also, die Hunde haben ja definitiv was gesehen. Das heißt, was auch immer da draußen war, war ja da. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Äh, ob es irgendeine logische Erklärung gibt vom Tier, das einfach falsch aufgezeichnet wurde. Äh, aber, ne? Trau ich wieder nicht. Podcast auf YouTube trau ich nicht. Geht doch selber schon mal in Lost Place für jemanden, warum solche Geistererfahrung es macht. Fernseher, ich möchte tatsächlich in Lost Place gehen, aber das Problem dabei ist immer, ich bin da dran, dass sich da was hinkriegt dieses Jahr. Aber das Problem ist halt, du darfst in Lost Place nicht einfach reingehen, du brauchst eine Erlaubnis. Weil wenn ich da drinne filme und man weiß, welches Lost Place das ist, dann kann der Besitzer von Lost Place mich ja, äh, sehr leicht verklagen dafür, dass ich halt unbefugt sein Grundstück betreten hab. Das ist ja Hausfriedensbruch. Bill, to this day, has no idea as to what was captured in it. They were deeply unsettled by the footage and are looking for answers to explain what was captured. The story goes that the friend was visiting her sick daughter at the hospital, late at night, when out of nowhere, something downright creepy is caught in the background. They were sure that nobody else was around, as they were the only ones on this floor. Needless to say, the video is pretty creepy. This is what they caught. Oh, ich merke jetzt, dass mir das Video nicht gefallen wird. Ich finde das Kind schon gruselig. Oh, nein. Du bist doch süß. Ich weiß nicht, ich finde es gruselig. Sieht aus wie so eine gruselige Puppe. Sehr gürzlich. Ich habe Angst. Okay, ich kann nicht so. Ja. Ich kann halt nicht nachvollziehen, wie man sich in seinem Wohnzimmer die ganze Zeit von einer Überwachungskamera filmen lassen kann. Äh, ja, ich würde es auch nicht mehr gefallen, wenn das alles gespeichert wird, ne? Ach, der wird das Ganze so, wui! Das ist so scheiße, ich muss auf die andere Seite. Ah! Es ist nur nach ein paar Sekunden, dass wir ein Schädel-like figure sehen. Die speed auf welchem sie sich sehr schnell ist, das macht es sehr schnell. Aber es ist noch etwas strange, dass das Figur nicht nicht mehr zu sehen, sondern eher, dass sie komplett straight sind, währenddessen, währenddessen. speed beyond human capacity the friend who caught this doubt that it was one of the nurses or anyone else in general as they are totally certain that she and her daughter had the floor to themselves so then if no one else had been on the floor vermuten dass es ein anderer patient da ist die vorstellung diese erklärung die er manchmal macht ne wo er so sachen erklärt im sinne von hey sie waren alleine auf dem ding es war so kein anderer patient ja wenn das video echt ist gehe ich davon aus dass es kein anderer patient war wenn du vorher gesagt hast wer auch immer das war hat sich in einer nicht menschlichen geschwindigkeit bewegt da war noch ein anderer patient auf dem stockwerk er hatte ein problem mit inkontinenz und er war hammer schnell also er könnte es gewesen ich gehe davon aus dass es nicht so eine logische erklärung dann ist oder who or what was this there is yet to be a clear answer to this question stell dir mal vor du bist so hey ich habe letztens mit meinem kind hier im zimmer gelegen und ich habe gesehen dass da irgendwas schwarzes ganz schnell am fenster an der tür vorbeigezogen ist also richtig schnell und du siehst aber nur wie der arzt da steht das experiment ist ausgebrochen ich würde glaube also weißt du selbst wenn es nur ein joke ist das würde mir echt nicht gefallen kommt es an ob das experiment böse ist experiment ist einfach nur so ein ding was aber so nioh but like with most videos it seems that we won't know for sure until more evidence is given this next video was suggested by armando caesar who says he has no idea where this video originally came from the source is unknown however after doing a bit of research he was able to gather some info on the footage according to armando the woman in this video is a house cleaner who's been cleaning an extremely old house for years she usually comes at night to clean the place and almost every night while being there she swears that she can hear voices and footsteps from the floor above even though no one else is inside the house one night the cleaning lady's friends dare her to clean the house but with the lights off and to record whatever happens although hesitant at first she took the dare thinking it would be a great idea as she would prove to her friends that she's not crazy and the house is actually haunted but little did she know that this would be one of the biggest mistakes she's ever made it's late at night the lights are off and the woman is at this place this is what was captured i've had to really cope there so kleine türen sind halt auch gruselig wenn sie die sehr kleine god you can't scare me you bastard i'm coming ich feiere diese frau you can't scare me you bastard you bloody bastard i'm coming there i'm coming after you you can't scare me you bastard i can't scare me you bastard i can't scare me you bastard i'm coming you can't scare me you bastard i can't scare me you bastard i kill people that were stronger than you for an to prove that it is top of bannister hello pauline i'm me i'm i'm i lieb i'm shitting myself i lieb so i i i i i Was ist denn? Du bist... Hu 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 hu. Ah. Ja. Ah. Ah. Aber sie hält durch. Ja. Sie hält durch. Aber stell dir das mal vor, du hast so eine Frau engagiert, die einfach nur deine Wohnung nachts putzt und du kommst wieder und die ist so... Ich hab nicht nur die Wohnung geputzt, ich hab auch noch einen Geist umgebracht, den hier gerade. Der kleine Bar-Austal. Der hat gar nichts zum Spielen aufgelegt. Die Frau ist so heftig. F***. 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 Denn das Schaukelpferd schaukelt. Das ist so Klischeehaft, wenn das Schaukelpferd schaukelt. Oh. Mhm. Ich kann einen Surren auf dem Hintergrund aber es ist... Es ist in diesem Kappert und es ist im Kappert. So that's where Boomer is And it sounds like it's just Someone's just come up the back of me F***ing door Ballocks Box Now I want to go back down now Aberdead head Aber ganz ehrlich Die hat so Angst Aber die hält durch Ja Ja die deutschen Untertitel Sind ein bisschen überfordert Do you know what she said F*** I want to go down Normally anyone who encounters something like this Would flee from the house immediately But it seems that the cleaning lady was feeling pretty brave that night However, if it wasn't for the following incident This video would have been a lot longer What happens next before heading downstairs Has left her completely shook This is what she caught Will you open the door for me please Oh my god I have just seen something I have just seen something I have just seen something Gonna kill you for a b**** Come here you little shit I'm not in here with you You're in here with me Right that's it I'm off down I can't take them all I am off F***ing down A loud bang comes from one of the rooms At which the woman points the camera And captures something by the door It happens real fast But if you slow the footage And pause at the right time You can see what appears to be a palish looking figure Peeking at the woman From behind the door Eerily enough It seems to have been standing there Before even pointing the camera at it It is at this point That the woman has seen enough And decides to call it a night Now with all that's happened in this video One can't help but think If something paranormal had truly occurred If so, then the dare she took Proved to be successful Yet not much info was given on the video To prove that it's either real or fake So it's up to you to come up With your own conclusion As is often the case with videos like this What happened that night Remains a total mystery The following video comes from Ryan Godoy Who while using a public restroom Hurts Warum macht er das? Film nicht unter die Toiletten-Dinger Bei anderen Leuten rein Strange noises coming from the stall next to his Curious as to who or what was making Wenn ihr auf dem Herrenklo Auf öffentlichen Toiletten Seltsame Geräusche Von der Nebenkabine hört Das ist ganz normal Das ist völlig normal Filmt da nicht rüber Making those noises He takes out his phone To record the strange occurrence He knew for a fact That nobody else was inside the restroom So it didn't make sense That all of a sudden Somebody was in the stall next to his He begins to record And ends up capturing Something pretty terrifying Take a look Without warning The stall suddenly slams on its own Naturally Ryan runs away from the restroom Fearing that whatever had slammed the door Is most likely capable of causing serious harm Now unfortunately The video lacks enough info To determine if it's real or not But regardless The sudden movement of the door closing Is definitely scary on its own But as always What are your thoughts on this? Ghost? Or something else? Da kann man auch sagen Da kann vielleicht ein Band dran sein Jemand zieht da dran Das finde ich überzeugend More often than not Most videos on the paranormal Die andere mit Am shitten me self Der glaube ich eher Ja Very little information Or not enough context But It's usually these That tend to be the creepiest Therefore This next video Is no exception to this notion The following footage Takes place inside a mine Somewhere in Chile The people in this video Appear to be workers For a mining company And it seems that One of the workers Is filming the inside of this mine They pan the camera All around the space When suddenly Something very unusual Is caught in the footage Be sure to look closely As you might miss it the first time Take a look What did you see? Yes Have you seen Dufi? That's a small dicker boy He just sits there He just sits there There's one There's a small crevice A few feet away And just outside of it There seems to be A small shadowy figure Resting against the wall It is only seen momentarily Before the camera pans away And then pans back To find nothing there Now there's plenty of theories As to what this could have been But the most popular one Seems to be the belief That this might have been a creature Known as a Duende An elf-like entity With sinister intentions Yet Like most theories It is not a fact But simply A belief So Whatever this was Is currently unknown But of course You be the judge As to whether or not Something paranormal was captured What exactly Was caught in this video? In this next video A security guard Is working the night shift At an empty facility When something extremely creepy Is caught on camera The guard in this video Is known as Tim Saver And he's been working The night shift At a place That he believes is haunted From strange noises That seemingly come out of nowhere To the odd feeling That someone else Is inside the building Tim has plenty of reasons To explain why he films During his shift Now there have been plenty Of unexplainable things Caught on camera But a particular video Has left many viewers unsettled In this video Tim hears a noise Coming from a space Near the ceiling He proceeds to check out the noise But When he gets there Something is captured That Tim hadn't noticed Until looking back at the footage When he saw what was caught He was left speechless This Is what he captured This Vorgeplänkelt Die ganze Zeit Er arbeitet da Aber dann filmte er Etwas wirklich gruseliges Er dachte alles wäre okay Aber erst als er die Sachen Durchguckt hat Merkte er Dass er wirklich Etwas gruseliges Gefilmt hat Jetzt seht ihr Was er gruseliges Gefilmt hat Dig Wir haben's Das ist Minute 15 51 Wir haben schon Die ganze Zeit Gesehen Dass es darum geht Das ist Das ist Nein 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 Nicht Nein 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 Die Kleopatra-Statum? Was ist denn der besonders? Ich habe das nicht gesehen. Don't end. Stimmt, aber ich kann nicht enden. Hä? Ach, ne Hand, okay. Die Kleopatra-Statum. Komm. Der Geist war da so, das ist immer die Kleopatra-Scheiße. Die Kleopatra-Statum. Nachdem wir in die Kleopatra-Statum sehen, können wir sehen, was eine Hand ist, grasping an ein Objekt in der Raum. Haben wir nicht? Nein. Warum mache ich das immer? Das dauert länger. Was fasziniert dich an den Videos? Ich mag nicht über Dinge nachzudenken, die nicht logisch erklärbar sind. Das letzte Video kommt von jemanden, der Arbeit der Nachtschiff, in einer Department-Statum, in einem Mall. Für einen Fall, almost every night, strange noises are heard inside the store. Although the person who works there isn't sure what exactly is going on, a video of theirs has left viewers wondering if the store might be dealing with something paranormal. It's close to midnight, the employee is all alone, and the following is caught on camera. This is what was captured. What's going on, guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last one. I'm feeling good. That was... Yo! Hello? What the f*** is going on? Jesus Christ, look behind me. What? What? A small silhouette of what appears to be a child stands right behind the employee. Now, because the video ends abruptly, it's hard to be... Warum hört da das Video auf? Er hat sich so erschreckt, dass er einfach ausgemacht hat. So ersch... Ah! Aus? Weißt du, normalerweise, wenn du dich richtig erschrecken würdest, würdest du auch nicht den Ausknopf betätigen, sondern dein Handy fallen lassen, oder sonst was. You should be sure if what was caught is actual paranormal evidence. Ne, it's like a kid's time. But, whether paranormal or not, there is no doubting, that the sudden appearance of the small figure is creepy in love. Sorry, dass ich lange kein Video mehr gemacht habe, und der Greg geht's los. As always, what are your thoughts on this? Paranormal, or not? Ich sag Nod. Ich sag Nod.